hallo youtube und herzlich willkommen zu einem video auf meinem kanal ich bin's wieder euer tiny ja ihr seht es gibt mal wieder ein booster opening ich habe mir noch mal tatsächlich ja fünf von den tournament zwei packs gegönnt warum das ganze ich habe nämlich geburtstag deswegen gedacht da kann man sich mal was cooles können und ja ein tag älter und ein jahr wieder älter und ein stück reifer deswegen sind's boosters geworden würde ich sagen schauen wir doch mal gemeinsam rein und hoffen dass wir vielleicht noch einen der hammergeilen karten bekommen auf die ich noch mega bock habe ich bin gespannt wir haben natürlich hier auch bloß wieder zwei karten pro booster dritte es ist also wirklich nicht sehr viel was wir hier haben und da gehts wieder los feeling es macht doch echt immer wieder bock die aufzumachen muss ich gestehen so und in dem ersten haben wir wieder ein bisschen tiefer so in den ersten haben wir tatsächlich wieder den slushy und dahinter haben wir kunst des beschwörers ja nice die hatten wir tatsächlich noch nicht mega geil übrigens das ist schon das zweite booster opening zu den tournament karten wenn ihr das erste noch nicht gesehen habt oben in den infobox schauen da verlinke ich euch mal noch das erste auch da haben wir fünf stück geöffnet und auch coole karten drin gehabt muss ich sagen ab zum zweiten booster egal da haben wir ihn legendäre fischer sehr sehr schöne karte ich feiere sie immer noch sehr muss ich sagen sehr sehr nice und dahinter haben wir den halbbar hammerkopf bin ich jetzt nicht so halb top da gibt es auf jeden fall bessere karten ja halbbar kopf den haben wir jetzt glaube ich schon zum dritten mal aber nicht schlimm so und das nächste booster und da haben wir gleich noch mal noch mal hyper hammerkopf und dahinter kevron kevron ist wieder ein bisschen cooler haben wir zwar auch schon glaube ich aber für das insekten deck auf jeden fall noch mal eine kleine verstärkung so und sind wir schon beim vorletzten booster geht natürlich immer mit zwei karten sehr sehr fix das ganze einfach gegen stativ gekommen ja moin verzauberte umgleitkabine haben wir dabei und dahinter haben wir den kabasauels voll und im letzten booster da haben wir jetzt mega geil wenn wir da jetzt noch mal die insektenkönige mit drin hätten würde ich schon ziemlich feiern muss ich sagen so und der letzte oha wir haben noch mal den legendären fischer weil die karte mega muss ich sagen und die klebefeilgrube jawoll ja coole karten noch mal mit dabei achso den fischer hatten wir ja jetzt topbild drin und das bespür das heilreich sehr muss ich sagen die hat mir noch tatsächlich gefehlt alle anderen hatten wir jetzt leider schon aber so ist das leider dann bedanke ich mich bei euch für das reinschauen ich hoffe ihr seid beim nächsten mal wieder mit dabei wenn ja unten mal unbedingt auch den abo button klicken würdet ihr mich mega mit supporten bis dahin macht's gut und haut da rein Bis zum nächsten Mal.